Hallo und herzlich willkommen hier zu Hello, Hello, zu Hello, neues Indoor-Game. What the fuck? Ich hab keine Ahnung was das geht, ich hab keine Ahnung was das machen müssen, ich weiß nur dass wir hier sind. Mit einer Kamera, der so ein bisschen nachzieht, wenn ich... Boah, das ist ja... Das ist wieder dieses Motion Blurring, wa? Wer hat denn so eine Scheiße an, ey? Na egal. Okay. Ich hab keine Ahnung was ich machen muss. Natürlich typisch das die erste Tür, die ich... äh... Ich komm ja eh nicht weiter, ich muss ja da rein. Okay. I go into the apartment. How can you hear? What the fuck? Ich versteh's ganz schlecht. What? Ich hab nur gehört, ich geh jetzt zum Apartment und dann war vorbei. Lass mich raten, wir sind hier irgendwo wo's spukt. Würde ich jetzt mal tippen. Das ist ne 720p Cam, ne? Seid ihr euch sicher, dass ihr euch nicht über den Tisch gezogen habt? Ich... Ich... Ja, ich sag mal so, meine Kartoffel würde bessere Qualität haben. Ich denke, da muss ich einen Schlüssel für diese Tür. Ach echt? Nice, Digga! Warum gehst du auch in irgendein Apartment rein, wo du nie mal gehört? Ach, come on, ey. Ich hoffe natürlich, ihr habt auch Kaffee dabei. Ich hab Kaffee dabei. Lass mich raten, in der Waschmaschine ist... Ne. Ist auch ne geile Küche, ne? Küche, Mikrowelle, Waschmaschine, nirgendwo ne Steckdose. Ne Tasse Tee. Oder Kaffee. Ja. Okay, ich... Kann ich Licht anmachen? Nein, ich kann ja... Ach, das ist so eklig. Also wegen der Kamera, es tut mir leid. Ich bin das nicht. Ach, hier ist der Schlüssel. Es zieht aber richtig nach. Also, es ist erstens verzögert mit dem... Wenn ich meine Maus halt bewege. Und dann zieht es noch so eklig nach. Also, das ist einfach... Hat sich der Stuhl grad bewegt, oder bin ich dumm? Wahrscheinlich beides. Januar 1947. Ja, cool. Ja. Mit so ner alten Kiste. Boxen besser als die, die ich hab. Nehme ich mit. Okay. Kann ich hier noch andere Sachen mitmachen? Also gut, ich kann zoomen. Kann ich noch andere Sachen machen? Das würde mich jetzt nicht interessieren. Was? Ach. Oh Gott. Ich hab Licht bei F. Okay. Kann ich auch reden, weil ich da ein Mikrofon hab? Ich glaub, das hatte ich die ganze Zeit schon hier. Was höre ich denn eigentlich? Oh. Ja. Ja. Okay. Okay, ich muss also hier wahrscheinlich alles... ...machen. Ich hab... Na, hier ist auch noch ne Tür. Okay, kann ich nichts tun. Das ist ein Nokia-Handy? Okay, dann müsste hier ja irgendwas sein. Bin ja nicht umsonst hier. Was ist das? Ich hab keine Ahnung. Ja. Okay. Ähm. Kann ich da hier irgendwas tun? Da ist ein Schlüssel. Nice. Okay. Äh. Jetzt muss ich halt nur gucken, für welche Tür der ist. Ich schätze mal, für die andere, die zu ist. Heißt, es ist wieder diese typische... Ich geh mit nem Schlüssel in eine... ...in einen Raum rein. Wo dann der Schlüssel... Ich dachte grad, da liegt jemand. Wo dann der Schlüssel für die nächste Tür ist. Ah. Sympathisch. Du weißt was. Ja, okay. Hier. Oh, shit. Diese Radio wird mir in der Kaffee verhauen. Ich habe den Korb in der Klosert gefunden. Oh, fuck. Beide. Das ist nicht wahr. Oh, je. Ja. Ich habe eine Leiche hier gefunden, ne? Und jetzt soll ich vorsichtig sein. Dann komme ich doch jetzt mit Sicherheit wieder raus. Die Tür wird nicht zugehen. Muss ich da jetzt weiterbleiben? Echt? Ne, von mir aus. Kann ich mit der Leiche irgendwas machen? Ich meine, die braucht, wenn sie einen Schlüssel hat, eh keinen Schlüssel mehr. Okay, wir können nichts machen. Hat die irgendwas? Hi. Ne. Die Leiche ist ein bisschen unnötig. Die liegt halt nur da rum. Was will ich mit anfangen? Verstehe ich nicht so ganz. Hi. Ähm. What the fuck is this? Das ist das Nokia-Handy, was da liegt. In der Küche. Ja. Hallo. Dann halt nicht. Will du höflich sein? Na, Leiche ist immer noch da? Ja, wenigstens. Okay, und jetzt? What? Hä? Okay, Januar 47. Interessant. Mhm. Ja. Ja. Ich hab... Kann ich ja... Ach, da ist eine Steckdose. Ja, wenigstens eine. Mach doch da deine Mikrowelle hin. Was ist denn... Wenn man sich das Apartment so anschaut, dann... Das sind Bilder, aber von den Bildern willst du natürlich nichts wissen. Fuck. Who is there? Ja. Ich muss raus, wa? Komm ich hier runter? Ist da nochmal was? Ne. Okay, geht gar nichts. Also ich kann nur... hier hin... hier hin... Hm. Ich hab's vorhin geklopft. Irgendwo. Hier ist was. Ich versuche jemanden zu finden. Ja. Ja. Ne. Jemand weiß, dass du wo bist, wo du gar nicht sein darfst. Hello. Finde mich. Ich finde dich. Gefunden, du Huren. Sorry. Jemand gesagt. Huch. That escalated quickly. Ja, ich muss dich finden. Ja, komm her, Alter. Ich mein, der Raum ist jetzt nicht so groß. Es gibt nur... Ich hör was laufen. Ich hör was laufen. Ja. 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 stimme ich absolut zu der habe ich nicht mehr gesehen weil ich jetzt drüber gelaufen okay ich dachte wir machen das so im chor also das ist schon mal blut und das ist ein corp das ist eine fucking leiche mit dem samsung was ich habe von 1947 es hat jetzt doof ne ich würde an deiner stelle gehen ja anderes ding ist es zu spät aber jetzt ist ja egal du bist ein richtiger motherfucker unter den lebenden man nennt ich auch den motherfucker den leichen okay yo nice es ging weiter ich habe das war hier soll ich das machen ja hallo helle hey come on die qualität ist viel besser ich kann sie direkt 1080p schreiben es läuft jetzt schon hallo ist jetzt so was ist los das ist so das ist es echt doof was mein jetzt bin ich jetzt gleich die leiche ich habe zuerst du mich gleich ich weiß nicht so ganz was ich von dem spiel halten soll wenn ich ehrlich bin ich weiß nicht wie es einstuben so gut schlecht mittel existiert nicht existiert doch ich habe keine ahnung muss ich da irgendwas machen oder ne brauche ich einen bolzen cutter bolzenschneider irgendwann muss ich doch mit zierheit hier auch irgendwas tun ich finde es sieht jetzt schon viel besser aus ok ah was ist denn jetzt passiert oh cool ach bin ich jetzt im red room hier vom dark net oder was ich möchte hier gar nicht sein wenn ich ehrlich bin hier schlüssel nehm ich mit ich gehe mal hier raus ne ja vielleicht soll ich doch einfach wieder gehen hu haha verarscht lol ok bin jetzt bin ich hier unten ah jetzt bin ich hier wieder ja nice one ah jetzt was you're what the fuck kann ich da wieder zurück darf ich gehen nee anscheinend nicht warum bin ich denn hier ist da noch was für mich geschrieben nö ich habe dich aber noch nicht gefunden so sogar nicht was ich machen soll ha warum ist denn hier alles voller kakerlaken was denn jetzt hier los ok muss ich kommt hier gleich irgendwas das wäre so ein typisches bilder für eigentlich hier diese tür ne oh mein gott ich habe es endlich mal geschafft die tür zu zu machen ich habe alles erreicht in meinem leben unglaublich ja und jetzt ich habe keine ahnung ach gott danke lecker da hat es jemand sorry da würde ich aber jetzt nicht unbedingt aufs klo wollen wenn du da wenn du da am kacken bist und dir fliegt das ding runter ey ich muss doch da irgendwas betätigen oder nee nicht spiegel spiegel nee gar nichts nicht what the fuck toilette ey irgendwas muss doch hier gehen kannst doch keinem erzählen hier dass hier nichts ist ähm dieses spiel ist sehr langsam ach da ist ein herz wenn es das ist ach ja weiß nicht was ich davon halten soll ich möchte nicht mehr enter spielen ich habe keinen bock mehr auf das spiel reicht ich hoffe euch hat das ganze gewalt wenn ihr das gerne da oben da ich fand das spiel ist nicht so krass ja wir sehen uns im nächsten hörbuch bis dann machts gut tschüss wir sehen uns über da oben rein